In diesem Video kannst du den Gebrauch des Partici-Présents und des Gérondifs üben. Dazu solltest du am besten schon wissen, wie das Partici-Présents und das Gérondifs im Französischen gebildet werden und wann man welche Form verwendet. Also lege dir Stift und Papier zurecht und dann kann es auch schon losgehen. In der ersten Übung geht es darum, die richtige Form einzusetzen, entweder vom Partici-Présents oder vom Gérondif. Youssef liest seine Nachrichten, während er frühstückt. Sein bester Freund Pierre, der nebenan wohnt, will mit ihm Fußball spielen. Weil er in der Mathearbeit durchgefallen ist, muss er Nachhilfeunterricht nehmen. Wenn er härter arbeitet, wird er es das nächste Mal schaffen. Dann lass uns mal gemeinsam die einzelnen Sets. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com So 돈 und wireaßen, wo wir aus dem Thema, wird in einem Lebenイent. So gluten sind wir fort. So tun es das so. Schön! Schön! Willkommen, Bien. Schön!